Ja, hallo allerseits, herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo von Nordbiene. Der Anlass ist nicht schön, starker Totenfall von Jungbienen bei einem der Völker, die derzeit mit dem Nassenhaider gegen Varroa behandelt werden. Die Behandlung erfolgte genau nach Vorschrift, dennoch dieses Bild hier. Hunderte toter Jungbienen, sowohl im Volk als auch davor. Bevor ich diese Aufnahmen machte, habe ich bereits viele tote Bienen weggeräumt. Von daher sofortiger Abbruch der Behandlung bei allen Völkern. Ich denke mal, dass auch die Brut stark geschädigt und wohl auch zerstört wurde. Ein Blick auf die Flaschen zeigt, dass in den 5 Tagen der Behandlung ca. 200 ml verdampft sind, also ca. 2 Drittel der Gesamtmenge. Temperatur draußen ca. 12 Grad tagsüber bei ca. 100% Luftfeuchte. Schade, den Nassenhaider kann ich momentan nicht uneingeschränkt empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen, klickt gerne auf Abonnieren, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Bis zum nächsten Mal auf Nordbiene. Tschüss!